Die Bauindustrie verschlingt heute mit Abstand die größte Menge an natürlichen Ressourcen. Gleichzeitig fallen allein in Deutschland jährlich 70 Millionen Tonnen Bauschutt an. Den technologischen Möglichkeiten zum Trotz wird Bauschutt heute immer noch zum Teil deponiert. Die Auswirkungen auf die Natur sind offensichtlich. Wir von der Strabag Umwelttechnik gehen einen anderen Weg. Wir sehen den Bestand an Gebäuden und Infrastrukturen als riesiges menschengemachtes Rohstofflager. Die Lösung heißt Urban Mining. Und in unserem Circular Construction and Technology Center in Bremen zeigen wir dessen Potenzial auf. Im Technologie- und Kompetenzzentrum für Urban Mining und Bauschuttaufbereitung soll Abbruchmaterial bis hin zu rezyklierten Gesteinskörnungen sortiert und aufbereitet werden. Ziel ist es, nahezu 100 Prozent der Ausgangsstoffe wiederzuerhalten. Rückbaumaterialien wie Ziegel und Beton werden so recycelt, dass sie in hervorragender Qualität wiederverwendet werden. Mit akademischen Partnern wollen wir das Kompetenzzentrum stetig weiterentwickeln und Materialien finden, die bisher noch nicht recycelt werden. So soll eine Marktreife für rezyklierte Gesteinskörnungen erreicht werden. Gemeinsam zeigen wir, wie die Kreislaufwirtschaft von morgen aussieht.